Tja, wenn man ein Spion ist, gehört das Lügen ja quasi zum Job. Aber dieses Privileg haben wir normalen Leute leider nicht. Und dennoch, wir beschönigen, übertreiben, erfinden Details und flunkern. Jeder von uns so bis zu... Keine Lüge ist es, dass es dazu heute Abend noch mehr gibt. Unter dem Titel, mehr Schein als sein, wie weit kommt frech, haben unsere Kollegen von Exakt die Story Erstaunliches herausgefunden. 20.45 Uhr hier im MDR Fernsehen. Warum sich ein Ehepaar Nilflughunde hält, klären wir gleich. Genauso wie die Frage, was Nilflughunde eigentlich sind. Doch zuvor fassen wir noch einmal zusammen, was die, wie wir finden, wichtigsten Themen der heutigen Sendung waren.